Meine Kisten, meine Kisten, meine Kisten. Alter, mach die Kiste kaputt! Oh, ich krieg doch die Kiste. Ah, jetzt kommt auf einmal noch ein Shakepot. Ja klar. So, fick dich, Alter. Ist hier noch was? Ja, also meine Kisten. Die Leben brauch ich auch. Ich werd das Level heute auf jeden Fall noch auf Zeit machen. Denn das ist schlimmer als Let's Play Apes Odyssey 100%. Let's Play Apes Exodus 100%. Let's Play Crash Bandicoot 1 bis 300%. Das ist einfach wirklich meine persönliche Hölle. Und dass ich jetzt so oft getroffen wäre, das liegt nicht am Spiel. Das liegt an mir, weil ich will es einfach nur noch schaffen. Obwohl es natürlich nicht schlecht gewesen wäre, wenn ich ein paar Masken für die Zeit Challenge hätte. Aber nö. Dafür hab ich's grad einfach nicht die Geduld. Okay, komm. Wobei ich jetzt nicht alle Kisten hab, das wär so schlimm. Ja! Ja! Nein! Ja! Ich hab mal geschmeidig am Edelstein vorbeigesprungen. Oh mein Gott! Ich bin nicht. Ah, komm, Level, du wirst jetzt geowned. 1, 14, 17, du wirst geschlagen, du Zeit, du. Okay. Komm. Auf geht's. Okay, Brühl. Wo ist hier die Zeit? Nein, da ist die Zeit. Yay! Okay, der fällt direkt am Anfang. Das wär... ... ziemlich lustig gewesen. Ach. Ich muss einfach ganz viel schießen. Weil ich dann... ... ne höhere Wahrscheinlichkeit hab, dass ich alle Natokissen treffe. Und was hoffentlich auch nicht zu spät. Ich kann dich dabei auch immer kacken, weil dann... ... konnte ich vielleicht auch noch irgendwelche Zeitkisten treffen, die eventuell auf dem Boden liegen könnten. So, Stierkaterwolle. Hab ich grad ne Maske eingesammelt? Das wär natürlich toll. Ich stier auf Masken. Masken sind... Masken sind wirklich nett. Da ist ne Maske. Ich will die Maske haben. Das ist immerhin wichtig. Und jetzt hab ich sie schon direkt wieder verloren. Und yay! Welch Erfolgserlebnis! Alter! Ach, du Scheiße. Wow, shit! Das ist einfach immer viel zu knapp, alles. Uuhu! Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, was hab ich jetzt... Irgendwas hab ich grad weggemacht. Oh. Das ist echt ein so derbe langer Bereich, bis man mal einen Checkpoint hat. Also das fährt mir jetzt grad mal auf. Das ist echt, äh, nicht nett. Okay, super. Dieser scheiß Haifisch ist schon mal geschierte. Und jetzt gleich müsste ich auch die Kiste kommen. Äh, das Fass natürlich. Ach so, ich hab das für eine Zeit. Ach ja. Oh! Es sind keine Nitro-Kisten mehr. Wie geil. Okay, da oben war noch einer. Die hab ich gesehen. Ich muss einfach hier ganz schnell durchdrehen. Einfach durchdrehen, genau. Da war irgendwas. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaub, es war ein Leben. So, ich wette, hier sind ganz viele Zeitkisten. Jawohl. Weil die halt so relativ versteckt waren. Dann ist das meistens so. Wenn man sich halt Zeitaufwand, äh, beritzt, äh, hinzufügt, um Kisten zu bekommen, dann sind es meistens Zeitkisten. Und zwar auch nicht zu knapp. Ich bin jetzt richtig kaputt. Ich hab jetzt auch einfach nur Hunger. Nein! Ich hab gedacht, ich sieht so gut aus. Nein! Nein! Ach, komm. Ich hab wirklich Hunger und ich bin wirklich kaputt. Liegt natürlich auch zum einen an der Krankheit. Weil mein Schädel einfach nur dröhnt. Und, ähm, aber zum anderen natürlich auch daran, dass ich mich grad so aufgeregt hab. Das Schlimme ist, ich kann bei diesem Spiel auch nicht so lange Aufnahmen machen. Weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht. Wenn ich mal so zurückdenke, bei Crash 1 bis 3, da waren die Aufnahmen. Und, obwohl ich wirklich fast nur gefailt, äh, habe. Meistens so wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden lang. Weil es einfach Spaß gemacht hat. Ich wollte einfach weiterspielen und so. Und hier hab ich das Gefühl irgendwie nicht so wirklich. Hältst du riesig auf das Projekt und gefreut? Aber mir ist auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich werde es natürlich bis zum Ende durchführen. Es macht ja schon Spaß und nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Ach, Salz. Nein! Nein, oh, ich hasse das, wenn ich Masken bekomme. Wenn ich praktisch geschenkt bekomme. Und dann irgendwie, wie so eine Scheiße. Einfach wieder verschwenden. Und wieder wegwerfen. Und deswegen, weil ich ja grad gesagt hab, ich kann hier einfach nicht so lange Aufnahmen machen. Wird das jetzt auch das Letzte sein, was ich mache? Also, das, was der vierte Warpumpf uns bereithält, werde ich ja bei der nächsten Aufnahme sehen. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was in dem Warpumpf zu finden ist. Hoffe ich doch mal. Ja, unter Wasser ist eigentlich immer schlimm so. Autofahrer ist jetzt auch nicht so nett, aber unter Wasser ist es einfach so nervig, weil die Auto-Level, die sind meistens ja auch nicht so lang. Das ist dann einfach nur einmal fahren, wo gut ist. Aber die Unterwasser-Level, ey. Als ich ja grad auch gesehen hab, ey, mit der Zeit, ich war gar nicht so gut dran. Ich hatte noch vielleicht zwölf Sekunden Zeit. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie lange das Level noch gegangen wäre. Und ich hab wirklich, oh, ich hab so einen tierischen Kohldampf, ey. Und da ist mal eine schöne Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza sind geil. Vor allem, welche ich besonders empfehlen kann, ist die von Wagner American Style Boston Pizza. Das ist, äh, da ist kein Käse drauf, da ist Frischkäse drauf und Spinat. Das ist echt eine super Mischung. Schmeckt richtig geil. Und ich bin einfach zu dumm zum Kacken. Verdammt nochmal, ich muss grad mal einen Cola-Krache reinschmeißen. Oh yeah. Ich hoffe, das ist nicht zu unangenehm für euch, aber mein Blutzucker spiegel muss grad ein bisschen nach oben gehen. Ich bin echt schwindelig. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Oh, lecker. Ja, mein Kiefer knackt mir die Sache, wenn ich harte Sachen kaufe. Oh, so. Hm. Hm. Oh, lecker. Oh, ich freu mich so gleich auf die Pizza, ne. Jetzt ist das wieder ein Fest. Hallo. So. Jetzt mit neuem Elan und wieder Zucker im Blut. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser klappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, fuck. Ach man, ich hab gedacht, ich würde die Maske noch mitnehmen. Bis zum... Bis ich halt schwimme. Ich muss auf jeden Fall an diese eine scheiß Mine denken, ey. Also, die ist auch böse platziert. Wenn man Gas gibt, dann schwimmen wir natürlich einfach... Bis es nicht mehr geht und geht dann auch. Aber wenn dann da die Mine runterkommt, ist das natürlich nicht so sexy. Ey, ich hab doch ne Mine gekackt. Das haben wir auch gesehen. So. Cola-Kracher. Huh. Ja, ich weiß, man spricht normal, weiß ich, beim Essen. Na, egal. Ich hab's nicht so mit Manieren. Oh. Oh. Na, ich rede jetzt gerade in dem Part nicht, wie ich weiß. Aber. Ich will's doch gerade echt nur noch zu Ende bringen. Äh, äh. So, Maske, komm her. Sehr gut. Oh, Superman in diesem Level wär voll geil. Ich hab mal so einfach, wenn ich dann schwimme. Weil ich einfach nur durchbashen kann. Oh, da hab ich mir so viel Zeit mit sparen. Fick dich. Hat die mich nicht gerade auch schon hier meine Maske gekostet, dieses scheiß Fisch? Hier, hier. Zwei Sekunden will ja. Nein, schon wieder. Ich glaub, das war sogar der gleiche Tentakel, der mich vorher getroffen hat. Äh. Okay, das war jetzt sehr unglut. Okay, gut. So. Ui. Nein. Boah. Stirb. Ja, aber ich hab die zwei Sekunden noch bekommen. Oh, scheiße. Bäm. So, komm hoch. Danke. Nein. Das war schon weh, viel zu knapp. Ah. Oh. Stumm. 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 Ah. Okay. Warte. So, zwei Sekunden. Drei Sekunden. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Ich könnte auch noch ein bisschen kacken, aber das stimmt. Ah, sehr gut. Äh. Bisher läuft das ja eigentlich noch echt ziemlich gut, muss ich mal so sagen. Von der Zeit her. So gut war ich mein letztes Mal nicht. Aber es bringt mir die Zeit, weil ich vorher sterbe. Oh, 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 oh. Keinix. Oh, 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 oh. Okay, ich hab... Das war jetzt nicht verabsichtlich, dass ich dem jetzt so geil ausgeglichen bin. Aber es freut mich, dass ich's irgendwie geschafft hab. So, da kommt gleich ein Tentakel. Da muss ich jetzt, äh, schon mal drauf achten. Schon grad vorbei? Ach, fick dich. Okay, da war er, glaub ich grad. So, okay. Oh, verdammt. Äh, ich schaust auf die Sekunde. Mach lieber den oberen Hai kaputt, wollte ich sagen. Verdammt. Boah, ist das nervig, ohne Scheiß, ey. Ich glaub, echt die Krise. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Boah, hm. Ich wusste es. Ich bin schon wieder nicht mit dem Kopf bei der Sache. Was wird's für heute der letzte Versuch, weil, irgendwie, ich hab keine Konzentration mehr. Mein Kreislauf, der ist grad nicht so gut in Form. Ich mich unter anderem an viel an der Krankheit, an den Medikamenten. Und, äh, ja. Darüber, dass ich mich halt so aufgeregt habe. Das sieht mich jetzt auch recht ausgeglichen und tippt nicht so aus. Natürlich hab ich einen Bären Hunger. Hat das natürlich damit auch noch was zu tun. Ach, ja. Bäm. Eieiei, sehr gut. Meine Maske. Scheiß Fisch. Boah, ich hab vollberuflich auf Fischstäbchen jetzt. Ich weiß gar nicht wieso. Okay, sehr gut. Ah, jetzt kommt der hier so... Ach, nee, hab ich ja mal getrunken. Stirb! Auf der Kurpfgeschieße. Zwei Sekunden. Okay, wir sind jetzt bei 20 Sekunden gerade mal. Und... Vielleicht kommt der hier so böse Tentakel. Wie ich. Ich hab grad die gerade meine Maske schon nicht mehr. So, sehr gut. Okay. Boah, Scheiße. Schade. Fuck. Ich wollte die Maske so gerne mitnehmen. Okay, durch. Jetzt schwimme. Boah, Maske. Ah, ist es gut. Aber das ist wirklich... Das hat ja auch einer gesagt, bis ich den Dash-Move hab. Ich wusste zwar nicht, was der Dash-Move ist, aber ich vermute mal, dass das der Dash-Move sein soll. Dass es damit schneller geht. Und du hast vollkommen recht. Meine Nase juckt, verdammt Why? Bestimmt nur rechtzeitig gesehen Ach schade, ich hab gedacht, es ist noch Maske dabei Also Maske ist für mich wirklich momentan das Wichtigste Was es gibt Okay, ich hab schon wieder nicht mehr viel Zeit Nein! Wie dumm Das ist jetzt echt super nervig gewesen Nein! Das wurde ich von den Kisten Sackgewitscht Okay, ich hab gesagt, das ist der letzte Versuch und das meine ich auch Ich speichere jetzt ab und Tut mir leid, dass die letzten paar Parts jetzt nicht so Actionreich waren, aber ich Bin echt fertig, gerade mit der Welt Ich muss unbedingt was essen und was trinken Naja gut, ne Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal Tschüss, tschüss